Guten Abend und herzlich Willkommen zu unserem Live Shopping im Noé nahe der Frankfurter Innenstadt. Wir zeigen euch heute tolle warme Winterstyles im Sale. Es gibt sehr viel zu entdecken und wenn euch heute Abend was gefallen sollte, könnt ihr es gerne reservieren unter der Handynummer 0177 70 45 292 oder schaut gerne auch auf unsere Webseite, da könnt ihr noch mehr über uns erfahren und uns kennenlernen und noch mehr Einblick in unsere Outfits bekommen unter www.noe-fashion.de Wir haben noch mehr Sale Artikel, Einzelstücke bis 50% reduziert und würden uns freuen, kommt einfach vorbei, lasst euch überraschen und wir beraten euch gerne und stellen auch gerne was zusammen. So, dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Outfit. Wir haben die Schaufenster extra fürs Live Shopping heute Abend schön dekoriert und zeigen euch wirklich die Must-Haves der Saison im Sale. Hier haben wir ein Pullover, ein toller Strick hier, der nicht kratzt, sehr hochwertige Wolle. Der Pullover ist vorne etwas kürzer, vielleicht sieht man das hier und hinten etwas länger, auch hier mit einem seitlichen Reißverschluss. Gerne könnt ihr den Pullover komplett in die Hose stecken und dann ist er hinten länger, das sieht auch ganz peppig und edel aus und hier habt ihr einen Tulpenarm, das heißt hier ist er ein bisschen weiter und unten schließt er etwas enger und das Besondere ist der Kragen und zwar ist dieser Kragen abnehmbar, das heißt wie heute, heute sind die Temperaturen etwas gestiegen. Dann habt ihr hier einen einfachen Pullover mit einem schönen U-Boot-Halsausschnitt und bei sehr kühlen Temperaturen gewinnt ihr nochmal hier an Wärme, an kuscheligen Einheiten, einfach durch diesen Kragen, der einfach hier als Schal dient. Dann kommen wir hier zu der Hose, die ist etwas höher geschnitten, reine Baumwolle, die Hose ist verschließbar über einen Reißverschluss hier und über einen Druckknopf und seitlich ist die Hose komplett um die Teile herum mit einem Gummizug, seitliche Eingriffstaschen, das ist eine 7,8 Form und eine weite Marlene-Hose. Also und ich halte euch mal jetzt die Preise in die Kamera, dann seht ihr die alten und die neuen Preise, die neuen Preise werde ich euch jetzt einfach durchgeben. Der Pullover ist jetzt reduziert auf 169,95 Euro, die Hose auf 109,65 Euro und die Hose ist auch von Marc Aure. Dann möchte ich nochmal hinweisen, unser ganzes Sortiment an Mützen ist reduziert bis 30%, die ist hier ganz süß gemacht, hier mit dem gröberen Strick, ist Alpaka-Wolle mit einem Echtfell. Das Fell ist hier eingefärbt, das heißt es schmiegt sich in unterschiedliche Farbformen, das heißt wenn ihr unterschiedliche Jackenfarben habt, schmiegen sich einfach unsere Mützen zu jeder passenden Jacke. Dann haben wir auch tolle Alpaka-Schals, auch hier total hochwertig und die Preise sind wie gesagt auch super heiß. Ihr seht jetzt, die Mütze ist reduziert auf 129,95 Euro, der Schal jetzt auf 119,95 Euro. Dann kommen wir hier zu einem total angesagten Kleid von Rina Cimento, das ist aus reiner Viskose. Schaut euch einfach hier dieses tolle Muster an, es ist wie eine Art Blumenmuster, ihr habt hier Ocker-Töne, braune Töne, lila, blau, schwarz, alles drin. Also zum Frühjahr und es ist sehr leicht, die Ärmel sind lang, aber über den Gummizug, der quasi wie so eine Trompetenarm hervorstößt, könnt ihr quasi den Ärmel nach oben shoppen, beliebig. Und dann habt ihr auch ein Kleid für wärmere Temperaturen, das heißt, das Kleid könnt ihr das ganze Jahr über anziehen. Zum Frühjahr empfehlen wir euch hier eine schwarze zum Beispiel Lederjacke, einen coolen Booty dazu und dann habt ihr ein tolles Streetwear Outfit. Das Kleid ist von Rina Cimento, wie bereits gesagt, aus Viskose und kostet 199,95 Euro. So, jetzt haben wir euch auch was hier aus der neuen Kollektion gezeigt und dann kommen wir hier zu dem nächsten Sale-Look. Federn sind diese Saison total angesagt, ihr habt es jetzt bei der Silvesterparty gesehen. Federn trägt man auf den Schuhen, Pullover oder hier rum oder um die Teile. Also es ziert einfach ein Outfit und ist mega angesagt. Und hier haben wir einen tollen von Liu Jo, der ist sehr leicht, den könnt ihr jetzt auch zum Frühjahr anziehen und sieht auch mega auf eine Jeans aus. Wir haben es jetzt hier als Office-Look mal kreiert, auf der Schaufensterfigur mit einem Kellerrock von Riani. Der Rock ist leicht in eine A-Form ausgestellt, vorne habt ihr eine Kellerfalte und auch hier von der Qualität knittert es nicht. Ihr seht immer gepflegt aus, der Rock ist sehr leicht und super von der Qualität. Und die Preise sind bei uns ganz, ganz heiß. Der Pullover ist jetzt nur noch 149,95 und der Rock von Riani nur noch 119,95. So ihr Lieben, ihr seid bestimmt total neugierig und wir haben auch die anderen Schaufenster dekoriert. Und da möchte ich euch hier unsere braunen Töne zeigen, braun-beige, die auch sehr angesagt sind und auch Ocker-Töne. Hier die Jacke ist mega, also die ist richtig warm. Viele Kundinnen bestätigen uns das immer wieder von Rock'n'Blu Jacken. Wir hatten vor 10 Tagen Minusgrade hier in Frankfurt und die Jacken halten, wie sie es auch versprechen. Das ist unser Jackenspezialist aus Norwegen. Die Jacke ist jetzt hier leider nur noch ein Einzelstück in der Größe 34. Auch hier die Kapuze ist abnehmbar über ein Reißverschlussverfahren. Ihr seht hier wieder den eingefärbten Fell wie bei den Mützen. Das Fell ist abnehmbar, die Jacke ist auf 40 Grad waschbar. Sie ist verschließbar über ein Reißverschlussverfahren und es hat eine versteckte Druckknopfleiste. Drunter haben wir ein Riani-Outfit kombiniert. Schaut euch mal diesen Pullover an, ist er nicht super. Schön, einfach diese Muster, diese Farben, die stechen hervor. Auch hier der edel verarbeitete Rundhals, es ist alles echte Wolle mit viel Elastan. Es kratzt nicht, das möchte ich hier hervorheben. Und schaut mal in der Kombination mit der beigen Hose. Die Hose ist etwas höher geschnitten, ist eine leichte Karottenform, also höherer Bund. Und hier am Oberschenkel ein bisschen weiter und schließt unten am Beinende schmäler ab. Das ist eine 7-8-Form. Und zum Frühjahr könnt ihr die Hose total super, zum Beispiel auch auf dem roten Pullover, rote Bluse, auf beige, auf braunen Töne und viel Farbe dekorieren. Jetzt kommen wir zu den Preisen. Die Jacke kostet nur noch 319. Es ist ein Einzelstück in der Größe 34. Der Pullover ist jetzt nur noch 139 und die Hose ist auf 199 reduziert. Dann kommen wir zu dem nächsten Look. Und das ist auch einfach mein Lieblingslook. Gerade hier in der kalten Jahreszeit trägt man gerne solche Teddyjacken, weil die führen einfach zum Reinkuscheln. Die halten warm. Das Besondere ist bei der Jacke, die Farbe, die ist einfach super toll jetzt angesagt. Auch schön kombinierbar, wenn ihr unten drunter komplett in schwarz angezogen wird. Und dann so ein schöner Rostbraunton. Finde ich das sehr, sehr edel. Weitere Verskragen und die Jacke oder der Mantel ist waschbar. Auf 30 bis 40 Grad. Hier möchte ich nochmal hinweisen auf unsere Mützen, die auf 30 Prozent herabgesetzt sind. Auch hier eine süße eingefärbte Bommel. Ein gröberer Strick. Alles Alpaka-Wolle. Die Mützen sind waschbar. Linksrum auf 30 Grad in der Waschmaschine. Dann haben wir hier drunter wieder ein Riani-Outfit. Ein toller, edler Pullover aus Wolle. Also feinste Wolle. Der kratzt nicht. Das möchte ich gerne hinweisen. Und der ist hier über den Balken mit unterschiedlichen Streifen quasi versetzt. Und auch hier die Farbkombination, die spricht einfach für sich. Drunter haben wir hier jetzt eine Gustav Lederhose. Ihr habt es richtig gehört. Das ist eine richtige Lederhose. Hammer verarbeitet. Und leichtes Leder. Sehr angesagt. Und das Besondere ist hier der Schlitz am Beinende, der seitlich ist. Das heißt, ihr könnt über jeden Schuhschaft hindurch. Und schaut euch mal das Leder, die Verarbeitung. Also sehr leicht. Und es ist auch ein Hammerpreis. Die Preise sage ich euch durch. Und dann haben wir hier in der Größe 38. Es ist ein Einzelstück. Diesen Wildlederstiefel von Riani. Der hat einen Mega-Absatz. Also richtig modisch. Acht Zentimeter Absatz. Hier leicht spitz. Halbschaft. Und hier dekorativer Gummizug, die den Stiefel oder den Halbstiefel nochmal ins Zähne setzt. Dann kommen wir jetzt zu den Preisen. Die Mützen, bevor sie vergriffen sind, die haben jetzt Mega-Preise. Der Winter steht noch bevor. Sind jetzt reduziert auf 69. Die Mützen alle 30% reduziert. Und die Tasche, genau die habe ich euch vergessen noch zu zeigen. Die Tasche ist jetzt von 369 auf 259. Es ist echtes Wildleder von Riani. Hier auch mit dem Riani-Logo auf der Tasche. Und schaut euch hier die edlen Details, die Fransen und die goldenen Aufsätze hier um die Tasche herum. Die die Tasche nochmal ins Zähne setzen. So ihr Lieben, dann kommen wir hier zu dem nächsten Look. Auch hier möchte ich wieder auf unsere tollen Mützen hinweisen. Extra dekoriert für euch. Alles eingefärbt oben. Sieht super. Aber schaut euch die Mütze, wie sie sich total edel hier zu der Jacke anpasst. Auch hier ein feinerer Schnitt aus Alpaka-Wolle. Die Mützen haben innen drin alle einen Vliesbezug. Das heißt, die halten auch richtig warm. Die Mützen sind waschbar. Linksrum in der Waschmaschine auf Handwäsche oder Wolle einfach. Und sie kommt wieder mit dem Fell super so hinaus. Das haben uns auch unsere Kundinnen beigebracht. So, dann kommen wir zu der Jacke. Die Jacke ist von Rock'n'Brew. Schaut euch einfach diesen Schimmer, den Grauschimmer auf der Jacke an. Richtig edel. Wir haben es extra. Den Look jetzt mal sportiv als Office-Look mal dargestellt. Natürlich sieht die Jacke auch auf einer Lederhose oder auf einer Jeans richtig mega aus. Mit einer abnehmbaren Kapuze. Auch hier ein tolles Fell, das über 15 Zentimeter ist. Die Kapuze ist über ein Reißverschlussverfahren abnehmbar und verschließbar hier über ein Reißverschluss. Seitliche Reißverschlüsse zieren die Jacke und natürlich die Steppung. Dann haben wir hier den Pullover. Ein Komplett-Look unten drunter von Riani. Echter edler Kaschmir. Schöner AV-Ausschnitt. Der Pullover ist hinten etwas länger. Ich hoffe, das sieht man hier. Also hinten über einen großen Reißverschluss. Drunter könnt ihr natürlich auch Blusen anziehen. Eine weiße Bluse. Lust auf Sonne, auf schönes Wetter und auf kühle Temperaturen. Dann kommen wir zu der Hose. Die Hose ist normal geschnitten. Leicht etwas höher im Bund. Eine leichte Karottenform. Das heißt, hier am Oberschenkel ist ein bisschen weiter und schließt unten in der Siebenachtelform enger ab. Und das Besondere ist hier am Beinende die Schlitze. Wenn ihr quasi euch bewegt und am Gehen seid, schwingen die Schlitze an den Beinen unten. Schön dekorativ umspielt um euch herum. So, dann kommen wir jetzt zu den Preisen. Die Jacke, ach so, den Schal habe ich noch vergessen. Den will ich euch nicht vorenthalten. Wir haben tolle Accessoires. Und hier auch passend von den Farben zu dem Look hier in dem Schwarz-Beige-Rosttönen. Also von Marc Aurel, reinste Viskose. Und Schal ist waschbar. Und ihr könnt noch mehrere coole Looks mit dem Schal in Szene setzen. Die Jacke ist reduziert jetzt von, Entschuldigung, von 519 auf 369. Die Jacke ist nur noch in der Größe 34 verfügbar. Der Pullover edles Cashmere 249,95. Die Hose 99,95. Und hier möchte ich auf unsere 50% Artikel hinweisen. Wir haben noch mehr zu entdecken. Die Größen fehlen. Schaut bei uns vorbei. Wir können einiges zusammenstellen. Dann die Mützen sind jetzt auf 69,95 und der edle Viskose-Schal nur noch 39,95. So ihr Lieben, dann kommen wir hier zu dem nächsten Look. Auch hier mischte ich wieder auf eine ganz dezente Mütze in einem tollen Blau. Also so einen schönen, kräftigen Blauton. Auch hier die Bommel ist eingefärbt in so einen Blau-Schwarzton. Richtig edel. Sieht auch super auf eine schwarze Jacke aus. Auch hier in den Rostönen. Ihr seht, unsere Mützen schmiegen sich in die Looks einfach hinein. Die sind super. Von der Qualität, Bequemlichkeit, Tragekomfort. Einfach nur toll. Dann kommen wir zu der Jacke. Es ist ein Einzelstück von Marc Aurel aus veganem Leder, Wildleder. Die Jacke ist waschbar. Auch hier mit einem Teddyfell innen drin. Kapuze ist nicht abnehmbar. Das möchte ich hinweisen. Auf 30 Grad waschbar. Auch die Ärmelenden könnt ihr quasi verstellen. Und je kürzer ihr sie macht, desto mehr kommt der Fell hervor. Dann haben wir hier einen tollen Marc Aurel-Pullover mit den Streifen hier dekorativ umgesetzt. Der ist auch auf 50 Prozent reduziert. Und die gewachste Baumwollhose auch in schön himmelsblau. Eine Röhrenform. Und lasst euch jetzt auch von den Preisen verführen. Der Mantel kostet nur noch 199,95 Euro. Wie gesagt, in der Größe 42 nur verfügbar. Dann kommen wir zu dem Pullover. Der ist 49,95 Euro. Die Hose jetzt nur noch 79 Euro. Und die Mütze 69 Euro. Wir haben diese Hammerpreise, weil wir einfach nicht mehr alle Größen zur Verfügung haben. Meine Schwester und ich beraten euch gerne. Schaut bei uns vorbei. Und holt euch Ideen, Inspirationen. Und wir beraten euch sehr gerne. Schaltet nächste Woche wieder ein. Und wir erwarten euch zu der gleichen Ostzeit. Schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss.